Herr Bischof Bode, die Zeit drängt in der katholischen Kirche in Deutschland. Es gibt Probleme mit Priestermangel, Nachwuchsprobleme, die Kirchenbänke werden leerer. Verschiedene Bistümer setzen auf Strukturprozesse. Ist das die Pastoral der Zukunft? Man kommt nicht ohne Strukturprozesse aus, aber es kann nicht bei Strukturen bleiben. Das ist das Wichtigste. Wir müssen, glaube ich, sehen, dass die Menschen heute auf sehr verschiedene Weise Verbindung zur Kirche und zum Glauben suchen. Und diesen sehr verschiedenen Weisen muss man auch auf sehr vielfältige Weise antworten. Die alleinige Fachstruktur, möchte ich mal sagen, reicht nicht aus, sondern Menschen treffen sich um Klöster, treffen sich zu Gruppierungen zusammen, zu gewissen Milieus zusammen oder in bestimmten Bildungsveranstaltungen. Also es gibt sehr verschiedene Orte der Pastoral und auch der Spiritualität. Und deshalb muss eine heutige Pastoral vielseitig sein in einer, möchte ich mal sagen, Gemeinschaft von Gemeinschaften, von vielen Orten. Und das bedeutet, dass wir das auch nicht mehr über Priester allein können, denn die werden sehr, sehr wenig werden in der nächsten Zeit, sondern von Christen, die selber aus ihrer Taufe, aus ihrer Firmung ihren Glauben bezeugen. Und wir werden auch Leitungsmodelle finden müssen, in denen hohe Verantwortungen auch bei Nichtgeweihten liegen. Und dieses neue Zusammenspiel, das ist die große Herausforderung der Zukunft, denn die Priester können nicht immer mehr Manager werden. Und sie müssen wieder ihre geistliche, richtlinige Kompetenz, wenn ich das mal so sagen darf, finden. Und das ist in den verschiedenen Diözesen noch sehr unterschiedlich. Und deshalb wird das höchste Zeit, dass wir uns um die Leute kümmern, die also zur, ich möchte mal sagen, zum Zeugnis und zur Verantwortung, möchte ich mal sagen, gefördert werden. Die pastoralen Mitarbeiter kommen dennoch an Grenzen der Erschöpfung und auch Priester fehlen. Sollen die Gläubigen jetzt auf die Eucharistie verzichten oder setzen sie dann auf Priester aus dem Ausland zum Beispiel? Nein, es geht so, dass ich gar nicht nur die pastoralen Mitarbeiter meine, die Hauptamtlichen, sondern wir brauchen viel mehr Menschen vor Ort, die auch im Glauben vertieft sind und aus ihrer Tauf und Firmung leben. Wir versuchen im Bistum also Gemeindeteams zu bilden in den einzelnen Ortschaften, damit in diesen großen Einheiten wirklich Gesichter vor Ort sind. Und das können auch nicht nur Hauptamtliche sein. Und die Lösung durch Priester aus dem Ausland ist eine gewisse Übergangshilfe, aber wird auf Dauer keine Lösung sein. Insofern ist es wichtig, dass alle mit ihren Kräften und dem, was sie können, zusammenspielen. Und das kann nicht nur mit Hauptamtlichen gehen, sondern mit Haupt- und Ehrenamtlichen. Das ist eine völlig neue Situation auch. Das heißt, Sie setzen auf Laien und auf Ehrenamtliche. Sind solche Prozesse auch, die Sie vor allem durch geistliche Gemeinschaften aufbrechend sehen, sind die die Vorreiter der Zukunft? Sie sind wichtig dazu, weil Sie uns deutlich machen, es geht um geistliche Vertiefung, damit wir nicht nur weite Räume schaffen, sondern auch Nähe zu den Menschen und auch in die Tiefe gehen. Aber ich glaube nicht, dass es allein durch geistliche Gemeinschaften zu lösen ist, weil die ja einen besonderen Anspruch auch an sich stellen, das Evangelium zu leben. Das werden naturgemäß immer kleinere Einheiten bleiben. Im nördlichen Bereich tut man sich ohnehin schwerer, also wenn ich jetzt an mein Bistum denke in Osnabrück, als es vielleicht in südlichen Ländern ist. Die meisten dieser Gemeinschaften kommen ja eher aus dem Süden. Das heißt, die Lebensformen, der Umgang mit Bibel, mit Evangelium, da können wir eine ganze Menge lernen. Aber das von konkreten geistlichen Gemeinschaften allein zu erwarten, wäre schwierig. Das sind Schrittmacher und das sind Menschen, die uns dazu herausfordern haben, auch manchmal was Prophetisches. Aber die Lösung allein ist das nicht. Jetzt nochmal zurück zu Gemeindestrukturen und Gemeindereformen, die XXL-Gemeinde. Ist das für Sie so ein Modell, wo Sie sagen, ja, da setze ich drauf? Ja, das Wort XXL-Gemeinde setzt zwar einen riesigen Raum voraus und ist schon gleich ein negativer Begriff. Man kann gewisse Strukturen im Großen haben, weil man auch Synergieeffekte hat. Aber das geht nicht ohne das Gegenstück Nähe, dass es wirklich vor Ort Gesichter gibt, dass Kirche vor Ort erfahrbar ist. Durch Personen, also ich halte gar nichts von so riesen Vereinen, sondern eher Vereinengemeinschaften, wo die Einzelnen eine relative Selbstständigkeit behalten. Wir haben in unserem Bistum gesehen, dass man im weiteren Raum eher Vereinengemeinschaften macht, wo die Einzelnen selbstständig bleiben. Und in den Städten kann man eher wirkliche, wenn wir das so nennen, fusionierte Vereinen haben, weil da alles sehr nah ist. Also ich bin sehr vorsichtig, die Weite nur immer herauszustellen, sondern die Nähe und die Tiefe muss bleiben. Und ich würde diese Strukturen auch nicht zu groß machen. Das heißt, wir müssen auch anderen Leuten Verantwortung geben und die Priester müssen eher eine geistliche Verantwortung dafür haben. Ich kann als Bischof ja auch in hoher Delegation an andere Leute meinen Dienst tun, ohne dass ich der oberste Manager werde. Also dann eher auf die Eucharistie versetzen und vielleicht mehr auf Wortgottes feiern? Nein, das ist ja ein Zusammenspiel. Es wird weiterhin Eucharistiefeiern geben, solange es Priester gibt. Die andere Beziehung zur Eucharistie ist, wenn sie Wortgottesfeiern haben, aber auch mit Kommunion, würde ich sagen. Und auch durch Anbetung. Es gibt eben auch die Möglichkeit, eine Beziehung zur Eucharistie zu bekommen über die Anbetung, über Stille. Also ich würde alles dafür tun, dass die Eucharistie immer für die Kirche ein Grundpfeiler bleibt. Und das müssen wir sehen, wie wir damit fertig werden, wenn es wenige Priester gibt. Das heißt, kurz zusammengefasst, Ihr Konzept für die Pastoral der Zukunft lautet? Ist eine Verbindung von weiter Nähe und Tiefe. Also dass man wirklich vor Ort bleibt, Gesichter vor Ort hält und alle Getauften, Gefirmten, Beauftragten, Gesendeten und Geweihten, um nicht immer von Laien und Priestern zu sprechen, wirklich zum Zeugnis und zur Verantwortung zu befähigen. Dankeschön für das Interview.